Hallo meine lieben Freunde, willkommen zum hundertsten Part von Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, der Final Mix Version. Ja, und eigentlich, eigentlich, habe ich euch ja versprochen, wir machen heute den 50 Runden Cup, den Hades Cup. Allerdings, ich komme hier nicht weg. Ja, nicht ungünstig, aber egal, dann machen wir den hundertsten Part einfach anders. Das, dann springen wir jetzt einfach hier rein. Und ja, wir machen einfach mal die Story weiter. Wo landen wir jetzt? Ah, wir sind hier. Ich weiß genau, wo wir sind. Wir müssen nämlich jetzt nochmal in jede Welt. Und müssen da nochmal Gegner besiegen. Erste Welt, natürlich Trevor's Zone. Das fand ich nochmal so richtig cool, dass man nochmal in jede Welt hier konnte. Das sind sogar Kisten. Okay, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Finde ich aber dezent geil. Weil wer weiß, vielleicht sind da ja nochmal so ein paar Seiten von Winnie Pooh oder sowas. Oder Rekalkum Plus. Würde mich auch schon überfreuen. Ah, Adoban. Und das sind auch wirklich die alten Liegen. Also nicht die neuen nochmal verstärkt sind, sondern das sind wirklich die alten. Das ergibt man davon, dass ich den extrem viel abziehe. Wenn ich die treffen würde. Oder sind das doch die Stärkeren. Weil der mir 180 Erfahrung gegeben hat. Na ja, ich weiß es gerade nicht. Aber, äh, ja, egal. Gute Erfahrung, ne? Und wer weiß, vielleicht werde ich zum 100. Part auch mal den Part etwas länger machen. So eine halbe Stunde oder sowas. Wie wär's? Hättet ihr Bock drauf? So eine halbe Stunde hat gegen den Harrenze? Wenn ich jetzt nicht hier gerade verkacken würde. Und das tue ich gerade aber gewaltig. Warum schlafen die denn alle? Egal. Kann ich ja ausnutzen. Ist doch gut jetzt, yeah. Die haben's doch alle verstanden. Ich spiel die Kiste da hinten. Okay. Alle Gegner tot. Einen Rubinstein. Okay. Ich weiß zwar nicht, was der bringt. Aber wir nehmen den mal mit. Kannst du mich hier durchglitschen? Nein, ich kann's nicht. Schade. Ah, ich hab vergessen, meinen Stoppen zu stellen. Egal. Egal. Ich mach die Part ja so länger. Geh mal weiter. Geh in die nächste Welt. Die nächste Welt war... Es ist ein Wunderland. Ja. Und hier kommen erst mal Zipfler und auch noch Zauberer. Und der Zauberer macht hier gerade seinen Blitz. Oder gab's hier einfach in jeder Kiste so ein Rubinstein? Und wenn man alle hatte, konnte man weiter. Ich weiß das nicht mehr. Erstmal um den Zauberer kümmern. Hier der Zauberer geht mir auf den Tag. Auf jeden Fall kann man hier ordentlich Erfahrungspunkte abgreifen. Das finde ich ja eigentlich relativ cool. Ich kann natürlich erst auf den Zauberer gehen, aber okay. Okay. Das war einfach. Ist hier auch jetzt ein Rubinstein drin? Würde mich nicht wundern. Ein Donnerquartz. Okay. Dann halt ein Donnerquartz. Nächste Welt. Ist Tartzan oder Olympus? Ist es Olympus, okay. Und da kommt ein Penner mit einem Schild. Weil ich ja eigentlich nicht so... geil finde. Vor allem, wenn ich gleich down bin. Jawohl. Tragbare Items plus. Und Maximum LP. Das finde ich wirklich geil. Vor allem, weil ich jetzt mehr Items tragen kann. Das hilft mir außerordentlich. Nur solche Wichser. Okay. Sollte jetzt am besten nicht drauf gehen. Wäre vorteilhaft. Nimm die Kugel mal. Okay. Er sieht gar nicht mal so gut aus. Da ist die Kiste. So, öffnen wir mal die. Zianitstein. Zianit Stein. Wow. 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 Freunde. Bleibt mal ganz locker hier. Locker flockig bleiben, Leute. Ganz locker flockig. Locker flockig, habe ich gesagt. Das ist aber nur noch der hier. Donald ist tot. Okay. Hier seht ihr auch schon die Tabelle für ein hardes Cup. Es geht bis 50. Ja, ja, ja. Da könnten sogar mehrere Kisten sein, weil das ist ein großes Areal, aber sieht nicht so aus. Sieht wirklich nur nach einer Kiste aus. Ja. Wo kann man jetzt hier rausgehen? Oder kann man in beide Türen rausgehen? Nein, man kann nur in die Tür rausgehen. Okay. So, da müsste nächste Welt harzern sein. Guck mal mal. Da werden wahrscheinlich wieder Affen kommen, ne? Ja, ja, aber klar. Aber die geben auch gut Lebenserfahrungspunkte her. Wir sind ja gerade eben schon level up. Ah, da hätte ich ausrüsten können. Habe ich vergessen. Vielleicht habe ich ja noch was, was mir hilft. Aber wenn gleich noch weibliche Affen kommen, nee. Oh, nee. Alter. Locker flockig, habe ich gesagt. Es kommen tatsächlich noch weibliche. Leck mich am Arsch. Ich hasse die weiblichen. Die legen so scheiß Bananenschalen. Und wenn du da reinfällst, dann verlierst du dein ganzes Geld. Na ja, da liegen schon sehr, sehr viele Bananenschalen. Hallo, ist doch gut. Ich habe es doch verstanden. Hallo. Donald Angriffskraft hoch. Sehr gut. Oh, Mann. Ich bin doch auch in den reingerutscht. Egal. Kriegen wir ein. So, irgendwo war noch hier so eine weibliche Nutte. Eine weibliche Nutte. Spawn die? Nö, wir dann. Dann halt nicht. Dann nehmen wir uns den Lunarstein mit. Ich denke schon, dass die Items was miteinander zu tun haben, oder? So, nächste Welt ist dann Monstro, Halloween Town. Monstro, oder? Ach, Akaba. Stimmt, Akaba gab es ja auch noch. Habe ich vergessen. Ach, da kommen erst mal diese Bananen hier. Oh, nur da kommen hier gleich Geek Chugs. Oh, scheiße. Jetzt werden noch Böllerwappen wahrscheinlich gleich kommen. Ach so, die wollen, dass ich einmal durchgehe. Ach so, die wollen, dass ich einmal durchgehe. Hilfe, 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 Hilfe. Was ist mit dir hier? Ach, Donald ist tot, deshalb. Donald ist immer tot. Man ist doch nichts anderes von ihm gewohnt. So, nochmal kurz. Oh, 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 oh. Sorry. So, die kurz nochmal. Aua. Jetzt sind alle tot. So, gebt mir mal das ganze Leben hier. Dankeschön. So, Donald, komm mit. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist die Kiste? Kann ich fliegen? Ach ja. Äh, da. Ein Pyrostein. Soll ich hier raus? Bestimmt, oder? Nein. Hätte ich jetzt mitgerechnet, weil ich hier einmal komplett durchgehen sollte. Okay. Dann soll ich wahrscheinlich in die Wüste. Stimmt's, oder hab ich recht? Ja. Okay, nächste Welt. Ist Halloween Town. Nee, Monstrum. Mit der hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe, das war die vorletzte. Ich sehe auch schon die Kiste. Sehr gut. Ich fische aber auch gerade ordentlich aufs Maul. Muss ich ja schon sagen. Alter, wie viel Leben haben die Wichserin? So, Uno. 1500 habe ich gerade richtig gelesen. Wäre ja der Wahnsinn. Ach, der 150. Ich habe 1500 gelesen. Ich wollte schon sagen, da kann irgendwas nicht stimmen. Ach, Gufi ist tot. Okay. Nein! Ach, nö. Zwei auch noch. Könnt ihr mir doch nicht antun. Ich hasse diese Riesenfische. Ich würde eigentlich schon nicht sagen. Was geht denn bei dem? Was ging denn bei dir, mein Freund? Nein, 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 nein. Ich will da nur nicht hin. Ich will erst die Kiste holen. Hallo, Sora. Beruhig dich doch mal. Danke. Wo war die jetzt? Da. Hallo, Sora. Danke. Ein Abilitamin? Ach, ich habe mich wieder vergessen, auszurüsten, ne? Hey! Standort, ich kann ein... Ach, ein Item mehr. Oh, scheiße. Toll, was will ich denn mitnehmen? Ein Item. Ich habe gedacht, ein Accessoire mehr. Scheiße. Egal. Das Abilitamin würde ich gerne nehmen. Ich habe, glaube ich, sogar mehrere, ne? Oder habe ich das eine doch noch im letzten Part genommen? Ja, habe ich doch noch im letzten Part genommen. So. So, wo ist jetzt der Ausgang? Hier? Ne, der ist ja verschlossen. Ich habe da hinten noch irgendwo eingesehen. Klar. Ja. Nächste Welt. Jetzt spekuliere ich einfach mal... ...an das Insetzen. Nicht, was die nächste Welt ist. Sonst werde ich wieder maßlos enttäuscht hier. Mit die Po wahrscheinlich, ne? Äh, auch noch hier auf dem Feld. Rucki-Rucki. Ja, genau in die Fresse, ey. Genau ins Gesicht. Nein, nicht verschwinden. Wo bist du? Da ist. Jetzt kommt wahrscheinlich Kicks-Shucks. Ja, natürlich. War klar. Was auch sonst. Erstmal gestunt. Ich weiß auch jetzt eben, warum die Gegner gestunt waren. Ich habe ja hier die Betäubungsattacke. Das habe ich total vergessen. Ach, die gab es ja auch noch. Wie sind die denn noch? Gargoyves. Ja, die waren jetzt nicht so schwer. Geben auch ordentlich EP. Ganz gut. Eigentlich gibt hier alles ordentlich EP. Hier kann man echt gut trainieren. So, jetzt möchte ich erstmal die Kiste finden. Ah, hier. Lucidstein. So, wo ist jetzt der Ausgang? Ist das der Ausgang? Ja, sieht dann aus. Ja. Okay, nächste Welt. So viele Welten können denn mehr kommen. Peter Pan fehlt noch, Monstro fehlt noch. Ja, da hinten ist aber schon der grüne Strahl. Zählt Monstro nicht als Welt? Ich hing da fest, ey. Da, wo seid ihr? Gibt es hier keine Gegner? Aber wo ist die Kiste? Ach, hier. Hallo. Hier habt ihr euch also alle verkrochen. Ist das Tor jetzt wieder aufgegangen? Na ja, aber die Tür. Ist das hier auch? Nö. Hä? Ach, jetzt ist die Tür hier offen. Oder was? Ist auf jeden Fall die Kiste. Mächtiger Schild? Achso, du kannst sogar noch ein iTunes tragen. Ja, Abwehr braucht der Goofy gar nicht. Angriff wäre nicht schlecht. Angriff vom Leben. Ne, das braucht er eigentlich nicht. 36 Angriff kommen. Äh, ich will aber eigentlich... Mächtiger Schild. Pfff! 42! Sofort! Oh, Goofy OP. Goofy OP. Ja, geil. Okay. Was ist das für mich? Da hoch. Oh! Ach, da kann ich nicht hoch. Okay, ich sehe es ein. Kann ich da rein? Nein. Wo ist da unten wohl raus? Ja. Wann aber wenig Gegner? Hat mich nicht enttäuscht. So, was noch mal hier? Wurden wir gerade gehypt? Winnie the Pooh! Ich hab's so gesagt. Final Alexia. Und hier ist ein Save Point. Und hier könnten wir sogar wegfliegen. Hier könnten wir sogar wegfliegen. Ich weiß allerdings, was jetzt kommt. Ich will, dass wir nächstens einmal probieren. Danach werde ich den Part beenden. Und dann machen wir im unteren ersten Part den... Äh, äh, Hardest Cup. Ich weiß nämlich, was jetzt kommt. Nein, der kommt Gegner. Nein, Quatsch. Noch lange nicht, Freunde. Noch lange nicht. Genau das. Das habe ich mitgerechnet. Einfach drauf loskloppen. Einfach drauf rein kloppen. Einfach nur X drücken. Kann nichts Verkehrtes sein. Nein! Donal, äh, Sura, du bist so ein Schwanz, ey. Die waren doch fast tot. Und dann geht ihr einfach da raus. Dann geht ihr einfach da raus. Ich glaub sie gar nicht. Egal. Meine Fresse. Nein! Ach du Penis, ey. Ja, du Penis. Ah, jetzt kriegst du. Gut. Äh, Alex, Seer. Ob ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit, die euch gebar, die Welten sollt ihr mit eurer tiefen Schmerz überziehen, erscheinen soll. Das Herz der wahren Welt, vereinen sollt ihr alle Herzen, ein Herz, alle Herzen, alle Herzen, ein Herz. Kingdom Hearts, das Königreich der Herzen, das Herz aller Herzen, die Geburtsstätte des Dunkeln. Die Dunkelheit ruft euch, ihr Kinder der Schatten, ersticket sollt das Licht an euch, doch nur für reine Herzen öffnet sich die Pforte des Königreiches. Sieben solcher vom Dunkeln unberührter Herzen, sieben Schlüssellöcher und zwei Schlüssel öffnen jene Pforte in der Dunkelheit. Die Pforte, die dem Licht Einhalt gebieten, dem lichten Herz bleiben sie auf ewig verschlossen. Im dunklen Herz sei die Heimkehr erlaubt. Oh, ihr Kinder der Dunkelheit, bis die Zeit gekommen ist, seid gierig auf jedes Herz, das ihr findet. Also, an die Herzlosen. Warum spawnt ihr Spacken denn jetzt? Nur weil ich so einen scheiß Text gelesen habe, oder was? Ich glaube, Takt. Ich kann doch nicht mal gemütlich einen Text lesen. Nö, da müssen direkt mal ein paar Spacken kommen, ey. Noch mehr? Kannst du irgendwie da rein? Nö. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Darf ich da rein? Ey, ich will da rein! Oder muss ich etwa weiterlesen? Hat er nicht zu Ende gelesen? Nö, 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 das haben wir alles gelesen. Oder was sollen wir hier dran machen? Soll ich das kaputt machen? Soll ich das kaputt machen? Okay. Wir können hier nichts machen. Aber warum? Ja, ja. Okay, das Boot ist weg. Okay, das Boot ist weg. Ich speichere hier nochmal ab, zur Sicherheit. Ich gucke nochmal an Status. Ich brauche noch 7.000 Punkte. Ja, läuft. Gut, noch weiter. So, Freunde, ich würde den Paar trotzdem jetzt hier schon beenden. Es ist zwar nicht die halbe Stunde, die ich versprochen habe. Das heißt versprochen gesagt habe. Aber das war der 100. Part. Ich weiß gerade auch noch nicht, was wir machen müssen. Und im 101. Part, da verspreche ich euch, weil wir jetzt endlich einen Speicherpunkt haben, wo wir wegfliegen können. Wir machen den Hades Cup. Wir werden ihn nicht schaffen, das verspreche ich euch jetzt schon. Wir versuchen so weit wie möglich einfach zu kommen und zu leveln. Okay? Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne im nächsten Mal wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Und auf die nächsten 100 Kingdom Hearts Parts. Stoße ich an. Ja. Ich mache einen Fass mit euch auf. Ja. Ja, das würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.